ARD Frau Brosetti ist skeptisch mal wieder. Das kann ja nicht sein. Eigentlich haben alle Angst. Wie wäre es denn, wenn schön alle Länder gegeneinander antreten, aber das Gastgeberland ist nicht im Wettbewerb? Man geht ja zu keiner Party und die Gastgeberin ist dann gar nicht zu Hause. Und alle sagen nur, wie schön, dass sie uns die Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Robert Habeck fordert Dinge. Ihr müsst jetzt vom Sofa aufstehen. Und Robert Aiwanger sagt, bleibt sitzen. Ihr seid doch alle doof. Dann macht doch euren Scheiß alleine. Also so bescheuert wie die sind wir aber nicht. Das könnt ihr auch gerne rausschneiden. Olaf Scholz ist König Olaf ohne Land. Er hat keine Legitimation mehr. Es gibt kein Vertrauen der Bevölkerung in ihn. Und deswegen ist die logische Konsequenz Neuwahl, Vertrauensfrage und am Ende Rücktritt. Rücktritt. Ich glaube, Markus Söder ist entgangen, dass Rücktritte total out sind. Macht niemand mehr. Aber über diesen Ruf nach Neuwahlen reden wir bestimmt gleich noch ein bisschen. In Bosettis Woche ist das hier der extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich habe heute einen ganz tollen Gast, der in Berlin sitzt. Aber ich sitze heute ausnahmsweise nicht in Berlin, sondern einfach, um es kompliziert zu machen, in Hamburg, weil ich gestern beim Fernseher extra 3 war. Horst Evers ist heute da. Hallo. Hi. Einen wunderschönen guten Morgen. Es tut mir so leid, dass ich dich alleine lasse in Berlin. Ach, das geht. Ich komme zurecht. Die Stadt kommt zurecht. Wir kriegen das irgendwie hin. Ja, ich kriege das irgendwie hin. Wo sitzt du denn? Sitzt du im Hauptstadtstudio? Ich sitze im Hauptstadtstudio in der Regie 2. Das ist gut. Dann muss es dir gut gehen. Denn das bedeutet, dass du heute schon an einer riesengroßen Maus vorbeigelaufen bist. Stimmt's? Das bin ich, natürlich. Ja, das ist gut. Sonst kommst du ja nicht hin. Also man muss das vielleicht erklären, obwohl es ist offensichtlich, unten im, nennt man das dann Foyer? Ich glaube, man nennt das Foyer. Da steht eine riesengroße VDR Maus. Wenn was ein Foyer ist, dann das. Das ist mein Foyer. Das ist mein Foyer, genau. Hast du kurz mit ihr gekuschelt? Ich habe nicht kurz mit ihr gekuschelt, weil ich weiß auch gar nicht, ob das gern gesehen wird. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Wie er ankommt, gerade wenn er, wie ich ja gerne, dann auch so ein bisschen zu spät vielleicht etwas abgehetzt, leicht angeschwitzt, sich nochmal schnell in diese Maus rein. Also es wirkt dann wahrscheinlich so, als würde ich mich heimlich abtrocknen oder so. Ich habe es mal lieber nicht gemacht. Ich möchte auch. Ich glaube, ich werde diese Maus nie wieder als etwas anderes sehen können, als ein gigantisches Handtuch, an dem verschwitzte Staatsfunkmitarbeiter sich abtrocknen. Aber ich fände es schön. Also ich fände es schön. Ich würde dann auch so eine Kamera aufstellen. Und dann könnte man so eine Timelapse machen, wo alle, die reinkommen, einmal kurz mit dieser Maus kuscheln. Ich fände es schön. Genau. Und wenn jeder, der sich dort abgetrocknet hat, auch so diese ganz, 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 ganz berühmten Leute, die ja auch hier ein- und ausgehen, wenn jeder dann unterschreibt, wäre die wahrscheinlich irgendwann irrsinnig viel wert. Das stimmt. Weil sie ja dann den Schweiß von ganz vielen, ganz berühmten Menschen enthält. Es ist ein besonderes Sammlerstück. Das hat nicht jeder. Also man muss auch so einen, glaube ich, so einen Hang dazu haben, sowas dann zu sammeln. Ja, das fände ich schön. Und ich meine, du bist ja nun noch da. Das heißt, du gehst ja nun noch raus gleich. Ich gehe noch raus. Ich könnte immer noch. Ich bin absolut dafür, dass du diese Tradition würdevoll, von mir aus auch würdelos, eröffnest, wenn du gleich rausgehst. Das ist meine große Aufgabe an dich. Ich kann die heute nicht selbst erledigen, weil ich zu weit weg bin. Ich mache dann beim nächsten Mal vielleicht auch mit. Gut. Wenn du dir das so sehr wünschst, werde ich dir diesen kleinen Gefallen natürlich gerne tun. Es tut mir leid für alle Nachkommenden. Ja, aber schieb die Schulter auf mich. Das ist völlig okay. Aber gern. Ja. Ich möchte als erstes heute über ein Thema mit dir sprechen, von dem du wahrscheinlich gar nichts mitbekommen hast, nehme ich an. Weil es dafür, dass es eine öffentliche Veranstaltung ist, fast schon geheim gehalten wird. Heute beginnt die Fußball-EM der Männer in Deutschland. Hast du davon schon gehört? Teilweise. Also es ist mir mitgeteilt worden. Es ist tatsächlich so, dass ich heute Abend auch ganz normal im Theater, im Mehringhof Theater in Berlin spiele. Und da wurde mir schon von den Theatermachern gesagt, uh, ist das so klug, an diesem Tag zu spielen. Und ich dachte, Freitag ist doch ein guter Tag. Nein, aber es ist doch, doch, das habe ich schon mitgekriegt. Wie alle. Also. Und bist du, wie bist du mit Fußball? Also freust du dich? Ne, ich bin, ich bin von Haus aus eigentlich recht großer Fußballfan. Habe sogar auch schon mal ein Fußballbuch gemacht, habe ganz viele Fußballgeschichten gemacht, werde auch immer wieder eingeladen. Bin auch jetzt im Rahmen der EM zum einen oder anderen EM-Sonderprogramm mit eingeladen, wo ich dann Gast sein werde und drüber sprechen werde. Ich habe mich, wie so viele, im Laufe der letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre ein bisschen entfremdet. Bei vielen Sachen, weil mir einiges sehr fremd geworden ist, was mir geholfen hat. Mein Verein ist Werder Bremen durch Geburt. Und als die abgestiegen sind, das Jahr in der zweiten Liga war super. Das war, das war, das hat mir so gut gefallen. Ich war ein bisschen traurig, als sie wieder aufgestiegen sind, weil das war, das war so schön, das war spannend, das ging hin und her. Sie konnten so einen schönen, ja irgendwie sorglosen, offensiven Fußball spielen, weil das auch und trotzdem, aber waren sie auch gar nicht so wahnsinnig gut. Es war dann ganz knapp am Ende. Das war eine sehr, sehr schöne Saison. Und auch jetzt ist das vom Vereinsfußball, vom Werder Bremen her alles gut und so. Aber es ist, ach Gott, allein das letzte große Eingang ist die WM in Katar. Das hat schon ganz schön reingehauen. Also das, das muss man doch erst mal verknusen. Kannst du denn da, oder unterscheidest du da zwischen diesem, also zwischen EM, WM und Vereinssport in deiner Begeisterung? Klar, das ist eindeutig. Also beim, was mir tatsächlich bei der Nationalmannschaft ein bisschen leid tut, also wirklich leid tut, ist an sich die Mannschaft. Weil ich glaube, seit einiger Zeit ist die Mannschaft, also die Nationalmannschaft, die Deutsche, weiter als das Land. Und die haben es oft nicht leicht. Das war nicht immer so. Also ich kann mich noch erinnern, 78 bei der WM in Argentinien mit der Militärjunta und dem Verhalten zu Altnazis dort und so. Da war auch der DFB verstörend, sagen wir es mal so, in seiner Haltung. Und mittlerweile ist eigentlich die Nationalmannschaft weiter und an sich sympathisch. Ich mag sie wirklich sehr gern. Aber das war auch mit ein Hauptkritikpunkt bei mir, bei der WM in Katar, die natürlich eine furchtbare WM war und die man niemals hätte machen dürfen, die niemals hätte stattfinden dürfen. Aber als sie dann stattfand und als die Mannschaft da hingefahren ist und wirklich, wie ich finde, eine gute Mannschaft, eine sympathische Mannschaft, dann hätte man sie auch wirklich unterstützen müssen. Und nicht, wo sie da in diesem heiklen Bereich waren mit ein bisschen Protest, alle anderen haben gar nichts gemacht und wo sie sich wirklich Mühe gegeben haben, das irgendwie einigermaßen gut zu machen, dann auch noch irgendwie auf sie einzudreschen und dann zu sprechen. Und dann wegen dieses unglücklichen Ausscheinens, sie haben, finde ich, echt nicht schlecht gespielt, sie haben sehr unglücklich gegen Japan verloren, Spiel, das sie niemals hätten verlieren dürfen. Und dann haben sie zweimal meines Erachtens wirklich gut gespielt, sind trotzdem ausgeschieden, weil, mein Gott, es ist halt manchmal so. Und dann dieses Gemecker und diese harsche Art und Weise, wie sie dann angegangen werden, das ist mir in meinem Fairness-Gefühl und so dann doch auch zu weit gegangen. Und das tut mir oft leid, aber ich hoffe mal, jetzt ist sowieso eine andere Situation. Wir sind Gastgeber und da finde ich sowieso, als Gastgeber hat man sich anständig zu verhalten, man hat sich über alles zu freuen, man hat alle zu bejubeln. Also sollte das und ich hoffe doch sehr, dass das hier nicht nur, weil die Mannschaft vielleicht ein bisschen schlecht spielt oder weil sonst irgendwas ist, es ist ja ständig im Moment immer irgendwas, dann gleich wieder dieses Genöle losgeht und dieses Gemecker und boah, da sind gar nicht genug Spieler mit weißer Haut dabei und sonst was, alles, was es da gibt, dass wir uns das alles sparen, sondern einfach, wie tatsächlich ja auch 2006, einfach vielleicht auch mal einen guten Eindruck machen. Das täte uns, glaube ich, ganz gut mal wieder. Ja, ich habe, also du sprichst jetzt bei der letzten WM vor allen Dingen über diese Armbinden-Diskussion, nehme ich an, ne? Genau, unter allem, ja. Das war an irgendeinem Punkt ein bisschen gemein. Ich glaube, sie wussten dann auch nicht mehr so richtig, was sie machen sollen. Also mir haben sie leid getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist ja auch eh, sie haben ja auch diese Spiele zu spielen, das ist ja auch nicht einfach. Ja, also ich bin da, glaube ich, so ein bisschen härter im Urteil, weil ich irgendwie denke, boah, das sind natürlich auch... Ja, ich weiß, ich bin immer weniger hart im Urteil als fast alle anderen. Ja, deswegen mögen dich alle, ne? Ja, weil ich fair bin. Ja, 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 gut. Aber ich meine, zur Fairness gehört natürlich auch, also ohne diesen Aspekt jetzt groß ausdiskutieren zu wollen, aber zur Fairness gehört natürlich auch eine realistische Einschätzung der Position von Menschen, die einem leidtun. Also das sind ja keine machtlosen Menschen, die armen, armen, was sollen sie nur tun, sondern sie haben sich ja in ein Spiel hineingegeben und damit meine ich gar nicht das Fußballspiel selbst. Sehr bewusst, das sind Millionäre, das sind mächtige Männer. Also deswegen bin ich vorsichtig mit Mitleid. Ja, die sind natürlich weit davon entfernt, Opfer zu sein. Genau. Das ist völlig klar. Sie tun mir leid, ist so... Also Mitgefühl, Mitgefühl ist immer gut. Mit Leid ist da, glaube ich, gar nicht so angebracht. Aber genau, aber diese EM, also zumindest Frau Baerbock, ist ja sehr optimistisch. Hey, gerade jetzt sollten wir das Leben feiern, den Sport feiern und deutlich machen, dass Zusammenhalt wichtiger ist, auch wenn man für unterschiedliche Teams die Daumen drückt. Ich glaube, das kann ein richtiges, nicht nur Sommermärchen dann, sondern vielleicht Friedenszeichen mit dieser EM werden. Um Gottes Willen, ich stelle gerade fest, dass Sie zwar in anderen Worten aber praktisch genau das gesagt haben, was ich davor, also im Prinzip gesagt habe. Das ist, ja, das trifft mich jetzt auch ein bisschen. Andererseits, dann wird ja was dran sein, wenn wir beide der Auffassung sind. Wenn ihr beide der Auffassung seid, ja, dann wird das schon stimmen. Aber so Ähnliches sagen jetzt natürlich einige. Ich bin da überraschenderweise skeptisch. Ach guck. Ja, ach guck. Frau Brossetti ist skeptisch mal wieder. Das kann ja nicht sein. Ja, also ich hoffe das ja auch und ich finde auch, also ich weiß nicht, ob du Angst hast vor diesem, ich nenne es mal Partypatriotismus, der dann ja immer kommt. Ich schon. Ich finde ihn aber grundsätzlich übrigens, möchte ich mal sagen, ich finde das grundsätzlich eine gute Idee. Also ich finde, wenn man sozusagen echten Patriotismus ersetzen könnte durch diesen Spaßpatriotismus, durch, nee, komm, wir machen ja nur Quatsch jetzt für die Dauer des Turniers, rufen wir Deutschland, Deutschland und so und freuen uns, wenn in Anführungszeichen unsere Mannschaft gewinnt und so. Wenn das dann quasi alles wäre und es da, dann fände ich das ja super, dann macht man das und dann wäre ich da vielleicht sogar dabei, weil es dann einfach ein Spaß wäre, auf den man sich einlässt. Nur, ich weiß nicht, also ich finde die aktuelle politische, gesellschaftliche Situation, sagen wir mal, vorsichtig würde ich es mal gruselig nennen und ich weiß es nicht. Also Spaßpatriotismus würde mir nur Spaß machen, wenn es dann aber wirklich keinen echten mehr gäbe und ich weiß nicht, wie diese Leute das ausblenden können. Also wenn die Deutschland, Deutschland brüllen, dann genauso klingen wie die, die das ganz anders meinen und dann sagen, ja, aber wir meinen das ja nicht ernst. Ich finde das tatsächlich schwierig auszuhalten und ich weiß auch nicht, ob das das ist, was, ich will ja nicht sagen, dieses Land gerade braucht, sondern sagen wir mal, diese Welt gerade braucht. Aber du siehst das bestimmt ganz anders und viel versöhnlicher, stimmt's? Na, ich sehe das hoffnungsvoll in dem Falle. Also das hat sich jetzt bei anderen Sportereignissen zuletzt auch gezeigt bei der Leichtathletik Europameisterschaft, als sie, denn hier wäre gut, das ist auch ein anderes Klientel, dass die Leute da schon auch etwas unterscheiden können und dass sich schon einiges getan hat. Das ist ja nicht so, dass das nie so gewesen wäre, dass das wirklich unangenehm war. Ich werde es nie wieder vergessen, als 1990 Deutschland Weltmeister geworden ist damals und hier am Kudamm dann diese Züge, also richtig Züge dann langzogen. Damals war das so ein Schlachtruf, den sie hatten, dumm, 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 süg. Also genau, der war sehr, sehr massiv damals, sehr, sehr heftig und da bin ich auch, weil ich mich ja eben für Fußball interessiert habe, bin ich da hingefahren und da lief es mir schon kalt den Rücken runter. Da dachte ich, ach du Schande, was ist denn jetzt? Und das ist jetzt aber irgendwie nicht so gelaufen, wie es hätte sollen. Aber seitdem ist eigentlich viel passiert, auch von der Mannschaft her, von dem, wie sie es aufgenommen haben und wir haben natürlich eine irrsinnig angespannte Situation in vielen Bereichen und selbstverständlich beunruhigt es mich vor allen Dingen auch, dass es jetzt wieder schick geworden ist, irgendwie Ausländer rauszusingen und so und eben offensichtlich auch so ein Party-Ding und so. Und dass es dann gleichzeitig auch wieder klein geredet wird und gesagt hat, jetzt, oh wir haben doch ganz andere Probleme, jetzt lasst doch die jungen Leute mal, was ist denn dabei? Das finde ich alles sehr, sehr, sehr beunruhigend, aber ich würde trotzdem dann den Leuten und dem Land und dem Turnier erstmal eine Chance geben. Also vielleicht wird das auch alles, es sind ja auch die Fans der anderen Länder da mit ihren Sachen, mit ihrer Laune, mit ihrem Zeug. Gut, jetzt könnte man sagen, auch in den anderen Ländern, auch gerade in Europa, die haben gar nicht so viel andere Probleme als wir im Moment. Also wer weiß, wie es da ist, aber im Regelfall zuletzt war dann doch bei solchen Ereignissen die Stimmung echt gut und echt nett und die Leute waren freundlich miteinander. Und vielleicht ist das auch mal eine kurze Pause von diesem ganzen Angespannten und Heftigen. Also ich würde erstmal so lange, wie es nicht schief gegangen ist, würde ich da in dem Falle erstmal zuversichtlich sein. Ich bin aber, also Missverständnis, ich bin gar nicht gegen das Turnier. Ich bin total dafür und für all die Aspekte, die du genannt hast, bin ich ganz, ganz doll. Also zumindest mal eine Pause vom Angespannten zusammenfeiern, Leute aus anderen Ländern sind zu Gast und so. Super, machen wir alles. Ich hätte aber, ich finde man könnte ja darüber nachdenken, ob man das Turnier nicht anders strukturieren kann. Weil ich meine, es soll ein europäischer Wettkampf sein, in dem es natürlich in erster Linie darum geht, dass man sich trifft und austauscht und Zusammenhalt fördert. Warum also, das wäre mein erster Vorschlag, warum lost man nicht gemischte Mannschaften? Weißt du, und die Leute können dann eine Mannschaft anfeuern, die, weiß ich nicht, irgendeinen Namen hat. Also diese Mannschaft gibt es halt nur für die Dauer des Turniers. Und du kannst halt nur in diesem Turnier, kannst du sagen, boah, da sind die coolsten Leute drin, ich will, dass die gewinnen. Und danach löst sich das auf, sodass du nicht zwei Monate danach immer noch eine Deutschlandflagge hochhältst, sondern, weiß ich nicht. Man kann sich Flaggen ausdenken für die Mannschaften, die es für die Dauer des Turniers gibt. Das wäre mein erster Vorschlag. Ich weiß, dass der nicht umsetzbar ist, weil die Begeisterung, und das ist eben das Ding, es ist viel weniger griffig. Das ist das eine Problem und das andere ist aber, also sagen wir mal, diese Sache mit den Nationalstaaten, die ist schon sehr eingebrannt bei den Leuten und mit der Identität und so. Und da ist nämlich dann eben doch wieder die Verbindung zum echten Patriotismus. Und dadurch funktioniert es so gut. Und deswegen funktioniert mein Vorschlag, würde wahrscheinlich, also der würde funktionieren, aber der würde wahrscheinlich sehr viel weniger Begeisterung auslösen. Aber es wäre, also weißt du, was ich meine, dass das so ist, dass der weniger Begeisterung auslösen würde, ist ja ein Zeichen dafür, dass es eben nicht nur Spaßpatriotismus ist, sondern da auch was Echtes hinter steckt. Und das finde ich entlarvend und schade. Und deswegen hätte ich, sorry, ich bin dann gleich auch durch, deswegen hätte ich noch einen zweiten Wahlvorschlag, der würde gar nicht so viel ändern, aber wenn mein Idealismus schon nicht geht, dann wie wäre es denn, wenn schön alle Länder gegeneinander antreten, aber das Gastgeberland ist nicht im Wettbewerb? Das könnte man theoretisch natürlich machen, ist aber an sich auch ein bisschen schade. Natürlich dann, weil eben diese Begeisterung, um das ganze Land mitzunehmen, die würde dann natürlich fehlen. Und es ist ja in der Tat so, dass ich ja eigentlich, also für den Ort, wo ich wohne und wo ich herkomme, ich freue mich ja total darüber, wenn ich mich damit identifizieren kann und sagen kann, das ist gut, das ist schön. Und wir hatten jetzt lange Zeit eben eine Nationalmannschaft, wo ich persönlich sagen konnte, da kann ich mich relativ gesehen einigermaßen gut mit identifizieren. Und das war ja für mich das Irritierende, dass immer mehr Leute gesagt haben, mit der Mannschaft kann ich mich nicht mehr identifizieren. Aus verschiedenen Gründen. Praktisch je mehr ich mich damit identifizieren konnte, desto weniger konnten sie es. Und ich freue mich immer wieder dann doch darüber, wenn ich irgendwo im Ausland auf einmal, ich komme ja noch aus einer Generation, wo du als, ich bin ins Ausland gefahren als Deutscher und habe mich oft als Schwede ausgegeben. Weil die Deutschen überall so unbeliebt waren, dass ich dachte und eben für einen Native Speaker, weil man Englisch nicht genug hat, aber Schwede geht und bin dann so als Schwede durchgelaufen. Und das hatte sich dann irgendwann gewandelt und da habe ich mich total darüber gefreut, dass ich dann auf einmal das Gefühl hatte, ah, auf einmal mögen sie uns irgendwie oder sie sind zumindest neutral und das ist alles in Ordnung. Und das selbst dann auch in Orten wie Holland, wie Frankreich, wie Italien und so, wo man dann aber gesagt hat, nee, die Deutschen sind schon okay. Und das ist natürlich immer auch bei solchen Ereignissen dann für mich die Hoffnung sozusagen, dass wir uns auf eine Art und Weise darstellen vom Land, von dem, was wir machen und ich gehöre dazu, ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen. Wo ich dann auch sagen würde, ah, das ist gut. Also so kann man das machen und so kann ich auch dazu stehen und so kann ich damit umgehen und insofern sehe ich das als eine weitere Chance. Also ich habe da schon so eine Art, ja, wie, also es ist wieder typisch ich, so freundlicher Patriotismus, dass man eben denkt, das sind höfliche Menschen, das sind freundlich, die sind hilfsbereit, die gucken, die sind umsichtig, die tun auch was fürs Klima und dergleichen mehr. Das sollte so das Image sein, dass meine Gruppe, meine Leute so haben und zumindest was Freundlichkeit und Höflichkeit angeht, habe ich Hoffnung bei dieser Europameisterschaft, dass wir das hinkriegen. Ja, aber, also das würde sich ja nicht ausschließen, weil Deutschland könnte ja eine ganz tolle Gastgeberin sein, weißt du, wir könnten ja, und das würde ja dann das Bild, also wenn es uns darum geht, im Idealfall. Also ich könnte jetzt etwas spöttisch sagen, aber ich will ja nicht schon wieder die Mannschaft irgendwie kritisieren, vielleicht hast du ja nach der Vorrunde schon deinen Willen und dann haben wir ein Turnier ohne Gastgeber und dann kannst du das richtig feiern und richtig genießen und so, das kann ja durchaus sein. Also insofern, vielleicht kriegst du das Beste aus beiden Welten. Ja, das kann sein, aber das ist nicht dasselbe. Na, ein bisschen schon. Nein, 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 das ist, das eine ist ja, okay, wir haben nicht gut genug gespielt und das andere ist, wir nehmen uns aktiv zurück. Na, wir haben Pech. Ja, oder das, aber das andere ist, wir nehmen uns aktiv zurück, um einfach ein gutes Gastgeberland zu sein. Das heißt, wir heißen alle europäischen Nationen bei uns willkommen und versuchen ihnen das tollstmögliche Turnier zu machen. Und zwar nicht nur die Leute, die es organisieren, sondern auch alle anderen in Deutschland, alle Fans, die mitfeiern, so alle, alle sind dabei, alle freuen sich, versuchen zu den Gästen nett zu sein und mit ihnen zusammen den Sport zu feiern und so. Also das wäre quasi meine Idealvorstellung und ich fände das schöner und selbstloser und wirklich auch die Gefahr des, ich nenne es jetzt mal Partypatriotismus, habe ich es eben schon genannt, minimierend. Und wenn eben keine Deutschland-Deutschland-Rufe dazwischen wären, wenn also sozusagen die Gastgeberin nicht ihr eigenes Land bejubeln würde, sondern die Gastgeberin oder das Gastgeberland die europäische Gemeinschaft in dem Fall bejubeln und den Sport bejubeln würde. Und alle anderen können ihr Land anfeuern und dann ist es vier Jahre später wieder in einem anderen Land, das dann nicht antritt und da können die Deutschen dann auch mitfiebern und versuchen zu gewinnen und so. Das fände ich total schön und das finde ich gar nicht weniger freundlich. Das darfst du auch gerne schön finden, aber ich gehe da jetzt auch nicht von ab. Also es ist ja, die Gastgeberin gehört ja auch mit dazu und die soll ja Mitteil der Party sein. Das ist, man geht ja zu keiner Party und die Gastgeberin ist dann gar nicht zu Hause und alle sagen nur, ach wie schön, dass sie uns die Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Und ich weiß es ja, wenn Turniere in anderen Ländern sind, freue ich mich ja auch immer für die Gastgeber dort und freue mich auch und hoffe, dass sie weit kommen, weil sie das irgendwie, weil sie das so schön ausrichten und weil sie dabei sind und weil die Stimmung dadurch so gut ist. Und das ist dann andersrum hier auch so. Also da finde ich nach wie vor irgendwie, also die Gastgeberin sollte schon bei der Feier mit dabei sein. Ja, aber der Feier mit dabei sein. Dann ist es eine schönere Feier. Ja, aber da wieder, also ich finde das. Ja, auch mitspielen. Ja, okay, auch mitspielen. Nur ich finde das Bild schief mit einer Party, weil ich sage ja, wir sollen ja die Party ausrichten und darauf Spaß haben und gucken, dass sie für alle schön ist. Aber es ist ja eben nicht nur eine Party, sondern... Ja, voll, voll. Das Bild ist quasi für mich jetzt in meiner Wahrnehmung das Bild so schief, dass es quasi die Aussage nicht so... Aber weißt du, guck mal, ist das nicht schön, wie freundlich wir uns uneins sein können? Ich finde das sehr gut. Ich möchte allerdings jetzt einfach, um die Party nicht ausufern zu lassen, noch über wirklich wahnsinnig traurige Dinge mit dir reden. Wir bleiben bei Europa, aber wir müssen leider über die Europawahl sprechen. Die Verliererin bei der Europawahl ist nicht zuletzt Europa, denn es haben vor allem Parteien hinzugewonnen, deren Fokus, sagen wir, nicht unbedingt auf der internationalen Gemeinschaft liegt. Und das liegt nicht zuletzt an den jungen Leuten. Tatsächlich haben junge Menschen dieses Mal ganz anders gewählt als noch 2019. Man weiß ja so ungefähr, wie so gerade die Stimmung ist. Aber das dann nochmal so als feststehende Zahl zu sehen, ist dann nochmal so ein Moment der Enttäuschung. 17 Prozent haben bei der Union ihr Kreuz gemacht. Keine Partei steht besser da. Mit 16 Prozent landet die Alternative für Deutschland auch in der jungen Generation auf Platz zwei. Dass das Wahlalter gesenkt wurde auf 16 Jahren, das war doch ein Trick der grünen Populisten und der Linkspopulisten, um uns den Garaus zu machen. Und ich muss wirklich schmunzeln und lachen, dass das so nach hinten losgegangen ist. Was dabei aber übersehen wird, ist, dass der progressive Block mit SPD, Grüne, FDP, Linke, Volt oder auch der Partei doch eine Mehrheit erreicht haben unter jungen Menschen. Das heißt, ich wäre wirklich vorsichtig zu sagen, dass die Jugend rechts wird. Aber bei der AfD denke ich mir, dass es an dem Trotz einfach der jungen Leute liegt. Ja, es ist das passiert, was viele befürchtet haben. Ein Erdrutschsieg der Rechtspopulisten nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland. Deutschland und wahnsinnig viele junge Leute. Hast du das verfolgt? Weinst du jetzt seit einer Woche? Wie geht es dir damit? Also ich weine natürlich nicht, weil das jetzt nicht so mein Stil ist. Aber es hat mich schon eben deprimiert. Also es gibt da viele, viele Aspekte. Insgesamt muss man sagen, dass hier in Deutschland beispielsweise, wir ja mittlerweile ein Angebot der CDU haben, die so weit nach rechts gerückt ist und gleichzeitig ein Angebot von der AfD hatten, die jetzt wirklich, wirklich schlimmes Personal aufgestellt hat, wo man auch echt dann sagen muss, also jetzt hört aber mal auf, also das kann ja wohl nicht angehen. Und trotzdem, trotz dieses Angebots einer echt rechten CDU und eines wirklich unfassbar furchtbaren Personals der AfD, wählen dann immer noch so viele Leute diese Partei, wo ich dann auch sagen kann, sag mal, was ist denn da noch zu tun? Also da fällt dir doch nichts mehr zu ein. Und da sucht man dann natürlich dann nach anderen Gründen. Also jetzt bei den jungen Leuten, dann eben bei TikTok, bei Social Media und dergleichen mehr oder sonst irgendwelchem Zeug. Tatsächlich muss ich das im Moment in der Analyse aber noch ein bisschen den Experten überlassen, weil bei mir wäre es wirklich nur Kaffeesatzleserei. Also selbst meine Tochter ist mittlerweile zu alt, so weit sind wir schon, als dass sie da noch in dieser ganz jungen, und die ist genauso geschockt natürlich und war genauso deprimiert. Also so richtig aus erster Hand, muss ich leider gleich sagen, kann ich da nicht wirklich was sagen, außer sinnlosen Spekulationen ohne Hand und Fuß. Das kann ich gerne machen. Ja, mach das mal. Das ist der Kern dieses Podcasts. Ach so, ach so, ja mir, ach. Das ist unser Anspruch, bloß nicht zu fundiert, bloß nicht irgendwie auf Fakten basierend, einfach so eine gefühlte Wahrheit. Wir sollten den Podcast gefühlte Wahrheit nennen. Also ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass unabhängig von aller Expertise alle ratlos sind. Also es gibt natürlich wahnsinnig viele Erklärungsansätze, du hast ja auch schon ein paar genannt, und am Ende weiß es aber irgendwie niemand. Alle Parteien, die nicht die AfD sind, alle demokratischen Parteien schwimmen doch. Oder spürst du da nicht eine gewisse Planlosigkeit? Es gibt schon, also sagen wir, aber es ist ja auch egal, wenn man mich relativ genau verorten kann politisch und so, kann man wahrscheinlich eh. Es ist ja tatsächlich, wir haben jetzt seit Monaten sozusagen eine geradezu obszöne Kampagne gegen die Grünen, die natürlich auch damit zu tun hat, dass die als Einzige wirklich was versuchen und damit Angriffspunkte liefern. Die machen was, die versuchen wirklich noch irgendwas zu bewegen und dadurch können sie angegriffen werden. Und alle anderen machen praktisch nichts, außer zur Not dann die Grünen anzugreifen. Oder dann auch die SPD oder die Ampel in sich. Wobei wir dann in der Ampel nochmal diese besondere Situation haben, dass wir da eben diese FDP haben, die mit ihrer Schuldenbremse sowieso alles blockiert, alles was helfen könnte und da auch noch seltsamerweise stolz drauf ist und sich da so komische Außerregierungskoalitionen dann nochmal ergeben zwischen FDP und CDU und so. Also eine insgesamt sehr verworrene Diskussion und dass da, und jetzt ich komme zu einem Punkt, keine Angst, dass da dann tatsächlich junge Leute sagen, ihr seid doch alle doof und das ist doch alles und das beunruhigt mich, weil das wirklich im Moment auch kein gutes Bild abgibt, also von der Exekutive sozusagen. Das verstehe ich durchaus, dass sie dann sagen, das will ich jetzt alles nicht mehr, das kann ich nachvollziehen. Aber dann, wir haben doch so viele andere Möglichkeiten. Wir haben eben Volt oder beispielsweise die Partei, die haben ja zwei ganz tolle Spitzenkandidaten, Martin Sonneborn und Sibylle Berg, die auch beide gewählt sind. Wir haben, ach, ich muss es gar nicht alles aufzählen. Also das weiß ja jeder. Es hätte so viele Alternativen gegeben, Protest zu wählen. Also das ist ein bisschen einfallslos, dann die größten Volltrottel zu nehmen. Also da stehe ich auch ratlos vor. Du hast gerade diese Kampagne gegen die Grünen angesprochen. Ich nehme das auch so wahr, dass es von einigen Leuten eine unfassbare Verehrung gegenüber, so gerade so Robert Habeck gibt und so, was ich dann auch immer ein bisschen übertrieben finde. Aber es gibt eben auch diese, weil sie was machen, weil sie was wollen, weil sie natürlich auch tatsächlich Dinge wollen, die unbequem sind für Menschen. Dadurch sind sie angreifbar und sie werden angegriffen. Und das scheint wahnsinnig gut zu funktionieren. Und gleichzeitig gibt es, ohne jetzt diese beiden Parteien in irgendeiner Form gleichsetzen zu wollen, ich will sie sozusagen nur in diesem einen Aspekt vergleichen, gleichzeitig gibt es die AfD, die ja immer Kampagnen gegen sich wittert überall. Also sobald sie schlimme Dinge tut, weil mal wieder jemand was wahnsinnig Rassistisches gesagt hat, weil jemand den Holocaust relativiert, weil jemand, weiß ich nicht, im Verdacht steht, irgendwie für China zu spionieren oder weil jemand im Verdacht steht von Russland. Was ja unterm Strich alles stimmt. Also das ist ja das Bittere. Ja, ja genau. Also wirklich dramatische Dinge, wo ich auch immer wieder ja die Frage stelle, na Leute, was muss denn noch passieren? Was muss denn noch passieren, damit ihr zweifelt an dieser Partei? Und das, also um kurz auch da diesen Satz, den ich irgendwann vor drei Stunden angefangen habe, zu Ende zu führen, ich habe keine Ahnung, wie ich ihn angefangen habe, aber das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint ja gar nicht zu funktionieren. Also das gegen die Grünen, das funktioniert wahnsinnig gut und gegen die AfD funktioniert das überhaupt nicht. Obwohl, um das jetzt mal ein bisschen plakativ eben runterzubrechen, nicht zu 100 Prozent, aber sagen wir mal die Anschuldigungen gegen die Grünen gerne mal aufgebauscht oder auch tatsächlich einfach erfunden oder Dinge skandalisiert werden, die gar kein Skandal sind. Und auf der anderen Seite die Anschuldigungen gegen die AfD stimmen. Ich meine, bei einigen weiß man es jetzt natürlich nicht, aber es stimmt erst mal, dass es einen berechtigten Verdacht gibt, was einige Punkte angeht. Wieso funktioniert das eine und das andere nicht? Da stehe ich im Moment wirklich ratlos vor. Es ist ja sozusagen auch sogar nicht mal nur die AfD. Wir haben beispielsweise den Fall in Bayern mit den Freien Wählern, mit Herrn Aiwanger. Da haben wir dieses wahnsinnige Hochwasser im Moment. Und gerade die Regensburger müssen ja so einen Hals haben im Moment, weil Herr Aiwanger Persönliches war, der diesen Flutpolder in Regensburg verhindert hat, der jetzt dieses Hochwasser wirklich, also die Auswirkungen sehr viel weniger dramatisch hätte machen können. Er war es mit einer Kampagne, wo er sagt, das ist völlig albern und das braucht es gar nicht, solche Hochwasser sind dermaßen unwahrscheinlich. Was machen Sie hier immer für einen Quatsch? Und so Zeug. Er selbst. Und dass ihm das so gar nicht schadet. Also er ist ja auch so ein Kandidat, wo ich denke, wie deutlich muss es denn noch sein? Also diese überhaupt, diese gesamten Verfehlungen von Freien Wählern und CSU in der Energiepolitik in Bayern, die immer deutlicher in ihren Folgen mit den fehlenden Stromtrassen und so zutage treten, wo du doch eigentlich siehst, wer da falsch gewickelt war und wer da irgendwie und trotzdem hier am Anfang der Sendung war Herr Söder, Olaf ohne Land, hallo? Also wo ich mich dann frage, wie kann das sein, dass man das nicht rausarbeiten kann, wer hier eigentlich unglaublichen Mist verzapft und unglaublichen Mist macht. Und ich bin da im Moment, also ich bin halt überhaupt nicht auf Social Media unterwegs, weder, ich bin nicht mal bei Facebook, geschweige denn bei TikTok oder Insta. Das mache ich halt alles gar nicht. Ich weiß es nicht genau, wie das funktioniert. Aber wenn mir jemand sagt, ja, ja, das macht das, dass die Leute so komisch sind, denke ich wahrscheinlich. Also ich habe leider nicht die Zeit, mich da genau zu informieren und genau zu gucken, ob das wirklich so ist. Aber irgendwas muss es ja sein. Also das ergibt ja doch sonst alles gar keinen Sinn mehr. Und ich weiß nicht, vielleicht können das Leute, die sich da besser auskennen, mir dann erklären, warum das auch wieder Quatsch ist. Aber erst mal nehme ich das an, weil das halt was ist, was für mich dann auch so dunkle Magie ist. Und dann erklärt es das zumindest soweit. Ich habe mal eine Theorie aufgestellt und tatsächlich im konkreten Vergleich zwischen Hubert Aiwanger und Hubert Habeck, weil eigentlich genau dieser Aspekt, warum dem einen nichts schadet, egal was, und da ging es gerade um diese Flugblatt-Affäre, und dem anderen alles schadet, auch wenn gar nichts ist. Und meine Theorie ist so ein bisschen, das große Problem ist ja, dass diese beiden Männer, die, sagen wir jetzt mal, stellvertretend für zwei sehr unterschiedliche Politikstile stehen, so würde ich es mal nennen, dass diese beiden Männer den Leuten sehr unterschiedliches Versprechen oder sehr unterschiedliches Anbieten oder sehr unterschiedliches Wollen von den Leuten. Weil Robert Habeck sagt, hey Leute, wir haben das und das und das zu tun, das und das und das wurde verschleppt, das ist ein Problem, wir müssen das jetzt angehen. Und ist nicht leicht, aber wir müssen. Das heißt, der fordert Dinge. Der sagt, Leute, tut mir leid, aber ich erkläre euch auch, warum, aber ihr müsst jetzt vom Sofa aufstehen. Und Robert Aiwanger sagt, bleibt sitzen. Der sagt, guckt euch die Grünen an, die wollen, dass ihr aufsteht, aber mit mir müsst ihr, ihr könnt sitzen bleiben. Ihr habt überhaupt keinen Stress. Schuld sind sowieso die anderen. Wenn jemand aufstehen soll, dann die Ausländer. Also jetzt ist es ein bisschen unfair vielleicht. Aber du weißt, was ich meine. Das heißt, der sagt, der verspricht den Leuten, dass sie sich entspannen können, um nichts kümmern müssen und dass schon alles irgendwie gut ist. Und die Gefahr kommt von außen, die Gefahr kommt von denen da oben, zu denen er natürlich selber gehört. Aber er ist sozusagen einer von denen da unten, was eine glatte Lüge ist. Aber weil er den Leuten verspricht, dass sie auf dem Sofa sitzen bleiben können, sind sie bereit, das zu glauben. Weil wenn sie das glauben, dann können sie sitzen bleiben. Und wenn sie es nicht glauben, müssen sie aufstehen. Wenn aber Robert Habeck, also wenn die Frage im Raum steht, glaube ich jetzt Robert Habeck, dann bedeutet natürlich Robert Habeck zu glauben, dass du aufstehen musst. Und das ist anstrengend. Und wenn du dich dafür entscheidest, ihm nicht zu glauben, dann kannst du sitzen bleiben. Das heißt, die Leute sind viel, also die Leute ist auch ein bisschen verallgemeinernd. Es sind ja zu einem Großteil vielleicht auch nicht dieselben Leute. Aber ich benutze diesen Ausdruck jetzt trotzdem mal. Nee, nee, aber in diesem Fall meinen wir ja die Leute. Wir meinen die Leute, genau. Also insofern kann man schon sein. Das sind schon die Leute. Die Leute sind natürlich sehr viel eher versucht, Leuten wie Hubert Aiwanger was durchgehen zu lassen, weil sie dann eben, weil die Konsequenz eine angenehmere ist. Und Robert Habeck als Lügner anzunehmen oder als Skandalverursacher, wie auch immer, weil das eben auch bedeutet, sitzen bleiben zu können. Und ich glaube, dass es damit viel zu tun hat. Und das sind zwei Männer, die jetzt ja wirklich nur stellvertretend stehen für Parteien, für Politikstile, für politische Ausrichtungen. Und es gibt ja nun mal die Krisen, die es gibt. Es gibt nun mal die Aufgaben, die es gibt, vor denen wir stehen. Und man kann sich aber auch dazu entschließen, die nicht anzugehen. Und die Konsequenzen liegen ja meist in der Zukunft. Oder es kann auch irgendwie verleugnet werden, dass es einen direkten Zusammenhang gibt. Also das ist ja noch der andere Punkt mit diesen Hochwasserkatastrophen, die sich jetzt zu häufen, dass das ja irgendwie schon ein recht klarer Ausdruck dessen ist, dass die Auswirkungen des Klimawandels nicht irgendwo in 100 Jahren Zukunft liegen, sondern jetzt einfach schon dramatisch beobachtet werden können. Zugleich funktioniert Wissenschaft eben auch nicht so, dass man sagt, dieses Hochwasser, das war der Klimawandel, Punkt. Sondern es ist ja immer ein bisschen vage, weil der Klimawandel begünstigt solche Dinge. Aber man weiß es nicht ganz genau, ob es das jetzt war. Und dann kommen die Populisten natürlich immer, die das einfach leugnen. Aber eigentlich müssten die Leute ja wach genug sein, zu sagen, oh fuck, mein Haus säuft ab. Wir sind so weit, dass mein Haus absäuft. Kann jetzt bitte endlich mal was in Sachen Klimawandel passieren? Und das würde aber immer noch aufstehen bedeuten. Wobei ich glaube, in dem Fall hast du dann vielleicht, ich will jetzt nicht zynisch klingen, aber vielleicht auch gar kein Sofa mehr da stehen. Also spätestens dann würde man denken. So und genau, also das ist meine Theorie. Ja, ich glaube tatsächlich, und das wird dich jetzt wahrscheinlich ein bisschen oder vielleicht auch sogar sehr überraschen. Ich glaube tatsächlich, dass du mit dieser Theorie absolut recht hast. Also ich stimme dir voll und ganz zu, auch wenn das jetzt für dich vielleicht enttäuschend ist. Aber da kann ich jetzt nichts machen. Und das ist ja dann eben das Deprimierende, dass selbst wenn du mittlerweile Belege hast, wo man sagen kann, sie liegen doch falsch und dass das so gar nicht mehr funktioniert. Und das Allerdeprimierendste für mich ja mittlerweile ist auch, wo ich dann vielleicht auch irgendwie sage, ja gut, dann geht halt alles den Bach runter. Dann macht doch euren Scheiß alleine. Aber das Gefühl zu haben, dass wenn alles den Bach runtergegangen ist, wenn wirklich alles an die Wand gefahren ist, sogar die, die es versucht haben, dann die Schuld kriegen. Das ist das, was mich völlig wahnsinnig macht, dass ich das ja schon kommen sehe. Also am Ende, wenn wirklich alles hier kollabiert, dann werden die Leute, die verzweifelt versucht haben, es doch noch irgendwie besser zu machen, wahrscheinlich diejenigen sein, die man anklagen wird. Und wo man sagen müsste, ihr habt es verbockt, weil ihr genervt habt. Oder auch, weil ihr nicht genug genervt habt. In jedem Falle, sie werden schuld sein. Oder meinetwegen auch wir werden schuld sein dann. Wobei ich sowieso viel zu wenig mache. Da habe ich Glück. Da kriege ich wahrscheinlich nicht so viel Schuld. Wer nichts macht, macht nichts verkehrt. Da hilft mir meine niedersächsische Erziehung wieder sehr. Aber das ist doch deprimierend. Also ich bewundere das ja immer, wie Leute dann trotzdem weitermachen. Obwohl die das ja wahrscheinlich auch alles genauso sehen. Und längst genauso gemerkt haben, wie das laufen wird. Wir haben eben kurz Tino Chrupalla gehört, der sich recht hämisch darüber gefreut hat, dass diese Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre, er hat gesagt, er hat doch irgendwie gesagt, die grünen Populisten und die Linkspopulisten wollten das um uns hier und jetzt ist das nach hinten losgegangen. Das kann man natürlich verstehen, dass er sich da so hämisch drüber freut. Also ich finde, sagen wir mal, das passt für mich ins Bild. Das ist stimmig. Wie stehst du zu Wahlalter ab 16? Ich bin nach wie vor dafür. Also jetzt nur, weil sie jetzt zu einem Fünftel oder so rechtspopulistisch gewählt haben. Oder vielleicht auch rechtsradikal sogar. Das verändert nichts an der Situation, dass ich schon finde, dass junge Leute ruhig auch ab 16 über das Schicksal, über die Zukunft entscheiden sollten, weil es sie in erster Linie angeht. Aber wir sind wieder in dem Bereich, den ich nicht so richtig beurteilen kann. Als meine Tochter eben im Alter war, da waren die großen Fridays for Future Demos und wo ich dachte, wow, das war eine wahnsinnig gute Stimmung, es war wahnsinnig konstruktiv, es war wahnsinnig freundlich und ich war sehr, das hat mich sehr gefreut. Ich war da sehr, sehr gerne. Ich habe das sehr gerne angenommen und jetzt, gut, ich war lange nicht auf Sylt, jetzt kommt man an Lokalen vorbei und sie singen Ausländer raus. Also, wobei die waren auch gar nicht so jung jetzt wiederum. Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe dann irgendwann etwas wieder, will ich auch mir dieses Video angeguckt und hat sich die Leute gesehen, da muss ich sagen, die hätten gar nicht mehr Ausländer raussingen müssen, um mir unsympathisch zu sein. Also, das hätte auch so mir schon gereicht. Aber egal, also das, das könnte auch gerne rausschneiden. Ich bin trotzdem dafür, dass natürlich die jungen Leute möglichst früh politisch gebildet werden sollten, sich auch politisch bilden sollten und durchs Wahlrecht bekommen sie eine Möglichkeit, sich zu beteiligen und haben dann aber auch sozusagen einen Anlass, sich damit auseinanderzusetzen, zu überlegen, was soll ich denn wählen, warum, wie und da zu schauen, da zu gucken und deshalb finde ich nach wie vor, es ist sehr richtig, sie auch schon mit 16 daran zu führen und dass sie teilhaben. Also, ich lasse mich da jetzt nicht von einer Wahl, die nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gerne vorgestellt hätte, ins Boxhorn jagen. Die sollen ruhig, natürlich, weiter ab 16 wählen. Das würde dich jetzt verwundern und schockieren, aber ich stimme dir dazu 100 Prozent zu. Oh Gott. Ja, das ist so furchtbar, ne? Ja, ich glaube schon, ich finde es, ich finde es ja immer so ein bisschen schwierig, wenn so über die Jugend gesprochen wird, ne? Und ich denke natürlich auch an diese, diese Phase, in der Fridays for Future gerade groß wurde und alle so begeistert von der Jugend waren und der Meinung war, die Jugend, die macht es jetzt irgendwie, die ist schlauer als alle anderen. Da habe ich auch immer gedacht, na ja, unwahrscheinlich. Es ist recht unwahrscheinlich, dass die dann in zehn Jahren dümmer ist als jetzt. Also, natürlich macht man eine Entwicklung durch im Leben und manchmal ist die Entwicklung auch durchaus von jung und idealistisch und ambitioniert hin zu älter und weiß ich nicht, resigniert oder faul oder bequem. Natürlich gibt es diese Entwicklung auch, aber es gibt ja auch andere Entwicklungen. Es gibt auch mehrere Entwicklungen, die man gleichzeitig machen kann. Man kann zum Beispiel bequem werden, aber zugleich reflektierter, ne? Also, das sind ja, Menschen sind ja nicht ganz so eindimensional, wie man, wie viele Leute gerne. Also, dass die Jugend jetzt immer, dass die plötzlich viel klüger sein sollte als alle anderen, fand ich, fand ich eine steile These. Zumal man ja auch sagen muss, und damit will ich in keinster Weise irgendwas an Fridays for Future schlecht reden, aber da steckt natürlich auch eine gehörige Portion Egoismus drin. Also, dass da viele junge Leute bei Fridays for Future auf die Straße gegangen sind, hat natürlich auch damit zu tun, und dass die einfach mehr Zukunft haben, um die sie sich Sorgen machen müssen, als jemand, der jetzt 75 ist. Und das ist ja auch richtig und das ist ja auch okay. Und deswegen ist es natürlich auch jetzt Quatsch zu sagen, die Jugend ist, das sind jetzt die, 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 die großen, entweder die großen neuen Nazis, oder das sind jetzt die, die unreflektiertesten von allen, so, das ist schwierig, zumal, du hast es ja auch gerade gesagt, es ist ja nicht so, als hätte jetzt eine Mehrheit rechts gewählt, oder, oder erst recht nicht rechtsradikal. Das muss man auch allgemein mal sagen, bei aller Trauer und Resignation und bei allem Schock, dass es ja nicht so ist, als hätte eine Mehrheit rechts gewählt. Das ist nicht so. Es ist immer noch eine Mehrheit, die nicht rechts gewählt hat. Also es sind immer noch mehr, die dagegen sind. Und wir haben diese großartigen Demos gesehen am Anfang dieses Jahres. Da sind schon auch wirklich viele, viele, viele Leute, die bereit sind, sich für die Demokratie einzusetzen, wenn es darauf ankommt. Das fand ich ein bisschen beruhigend. Das finde ich auch nach wie vor beruhigend. Und das ist natürlich das, was man bislang zumindest dann, immer wenn es ans Eingemachte geht, doch feststellt. Also wo immer noch so eine Substanz da ist, wo man dann sagt, das gibt schon Zuversicht oder Gründe zur Zuversicht, nichtsdestotrotz. Ja, wir müssen natürlich trotzdem überlegen. Also ich habe eben meine tolle Aiwanger-Habeck-Theorie nochmal wiederholt, die ich irgendwann schon mal aufgestellt hatte. Und die Frage, die sich aber trotzdem stellt, ist ja, was macht man denn damit? Also wenn man sagt, okay, die Menschen haben einen Hang zur Bequemlichkeit und wer ihnen verspricht, dass sie dieser Bequemlichkeit, dass sie dem nachgeben dürfen, hat es sehr, sehr viel leichter im Urteil der Menschen, was machen wir denn damit? Wir müssen ja was damit machen. Man muss ja damit umgehen, damit die Dinge besser werden. Ja, das ist eben im Moment wirklich sehr, sehr schwierig, weil es ist ja überhaupt gar kein deutsches Phänomen, mit dem wir im Moment zu kämpfen haben. Wir haben mit, sozusagen in vielen Ländern, ähnliche Probleme. Natürlich, alle haben Angst vor dem Herbst, vor der USA-Wahl. Oder, na doch, also in meinem Umfeld, eigentlich haben alle Angst. Genau. Wir hatten in Frankreich auch ein furchtbares Ergebnis der Europawahl, wo sie natürlich, das muss man sagen, das war ein brillanter Schachzug, sich von der AfD abzugrenzen. Also das ist, das hat sie natürlich sozusagen in die Mitte geschoben, dass sie endlich Leute hatten, wo sie sagen konnten, also so bescheuert wie die sind wir aber nicht. Mit denen machen wir nicht. Und dadurch wurden sie auf einmal irgendwie fast seriös und haben jetzt dann in Italien und Frankreich sensationelle Ergebnisse einfahren können, weil wir ihnen die, die Übertrottel geliefert haben, von denen sie sich jetzt endlich mal abgrenzen können. Bitte schön. Also das, da haben wir jetzt auch noch den Franzosen und Italienern sozusagen was angetan. Aber, aber tatsächlich ist es ja so, also auch Holland, also das, man könnte ja, also jemand wie ich, der eigentlich die Niederlande sehr mag oder dann natürlich immer noch die Niederlande sehr mag, also nur deshalb wird sich das jetzt nicht verändern. Das, das fährt einem ja tief ein, also solche Wandel, die da stattfinden im Moment. Und zur Zeit, das ist, ja, das tut mir leid, vielleicht, wenn ich nochmal ganz in Ruhe, ganz lange, ein richtiges Wochenende darüber nachdenke, aber im Moment würde ich von mir aus, also weil ich jetzt auch nicht in reiben Aktionismus irgendwas rausposaunen will, würde ich erstmal, ganz ehrlich sagen, bin ich da ein bisschen ratlos. Also ich, ich warte jetzt auch erstmal ab, wie schlimm es noch kommt und dann muss man sich irgendwann wieder sammeln. Weißt du, ich finde das gut. Ich finde das nicht gut, natürlich viel besser wäre es, wenn du jetzt die große, tolle Lösung für alles hättest und wir, ne, wir mit dieser Art von Weisheit aus dem Podcast rausgehen würden, aber ich glaube, im Anerkennen der eigenen Ratlosigkeit liegt ja auch schon ein bisschen Weisheit, deswegen finde ich, wir sollten genau damit aus diesem Podcast rausgehen. Sehr schön. Ja, weißt du, weißt du, weil das ist, das wird viel, viel zu wenig gemacht, dass Leute einfach sagen, ich weiß es nicht und ich weiß es auch gerade nicht. Genau, das kann ich sehr gerne, also da, das fällt mir nicht schwer. Ja, und wir gehen damit, wir gehen nämlich mit dieser Ratlosigkeit auch in die Sommerpause. Das ist, das ist schön, dann können wir mehr als ein Wochenende drüber nachdenken und werden mit hoffentlich neuen Erkenntnissen und weniger dramatischen Entwicklungen dann aus der Sommerpause wieder zurückkommen. Ach, das ist der letzte Podcast vor der Sommerpause. Das ist der letzte Podcast. Und da hast du mich als Gast angehört. Oh, das ist aber eine Ehre. Danke schön. Siehst du? Hey, so ist das. Also da, oh, das schreibe ich glaube ich ab jetzt in meinem Pressematerial. Nein, Quatsch. Genau, aber wir sind noch nicht, wir sind natürlich noch nicht ganz durch, denn wir haben ja in der ARD-Audiothek immer eine etwas ausführlichere Version dieses Podcasts. da gibt es genau eine Sache zusätzlich, da gibt es genau eine Sache zusätzlich, nämlich die Rubrik eine letzte Frage. Darin stelle ich Horst eine Frage und er stellt mir eine Frage. Und ich kann so viel schon verraten, in dieser längeren Version haben wir die Lösung für alle Probleme gefunden. Ehrlicherweise muss man sagen, ich habe die Lösung für alle Probleme gefunden, alle politischen Probleme. Die Lösung heißt Horst Evers. Horst Evers sieht das anders, das ist mir aber völlig egal. Das heißt, er wird das lösen, er wird alle unbequemen Dinge durchsetzen, weil er einfach so sympathisch ist, dass es ihm niemand übel nehmen kann. Und ich bin total dafür und ich finde es total gut. Wenn ihr diese letzte Frage noch hören möchtet, wenn ihr diese längere Version noch hören möchtet, dann geht also jetzt in die ARD-Audiothek. Wenn euch das nicht interessiert, was empörend wäre, dann war es das aber doch für heute. Wenn ihr diese Folge mochtet, dann schreibt uns gerne an bosettiswoche at ndr.de. Wenn ihr die Folge aber nicht mochtet, dann schreibt uns gerne nicht an bosettiswoche at ndr.de. Dann sollen sie mir schreiben. Dann könnt ihr einfach Horst Evers schreiben, wie sehr ihr mich nicht mögt. Das könnt ihr total machen. Ihr könnt sehr gerne diesen Podcast abonnieren. Das ist heute sogar eine besonders gute Idee, denn jetzt ist, ich habe es vorhin schon mal gesagt, jetzt ist ja Sommerpause und Sommerpausen sind so lang, dass man dann den Einsatz oder den Einstieg danach sonst vielleicht einfach verpassen könnte. Und wenn ihr den Podcast abonniert, dann verpasst ihr ihn nicht. Weiter geht es nämlich am 1.9. Ich habe es vor zwei Wochen ein bisschen falsch gesagt, weil am 1.9. kommt die nächste Podcast-Folge, die wird aber am Tag davor, am 31.8. aufgezeichnet. Und das ist ein bisschen eine Spezialfolge beim rbb Podcast Festival House of Podcast, nämlich mit Publikum im großen rbb Sendesaal. Und mein Gast an dem Abend ist Moritz Neumeyer. Und ihr könnt... Oh, schön. Das wird richtig cool. Ein toller Gast. Ein toller Gast, das finde ich auch. Und ihr könnt Tickets dafür kaufen. Aber wie gesagt, also der Podcast-Folge wird am 1.9. veröffentlicht, aber die Aufzeichnung ist am 31.8. Kommt da gerne hin. Den Ticket-Link packen wir euch in die Shownotes. Vielen Dank, dass du da warst, Horst. Sehr gerne. Das war sehr schön. Und vielen Dank an euch, dass ihr diesem Podcast schon so lange die Treue haltet. Wir hören uns Ende August wieder. Habt einen schönen Sommer. Tschüss. Tschau. Extra 3 Busettis Woche Ein Podcast vom NDR. Alle zwei Wochen neu.